Ich wollte dir heute in diesem Video ganz kurz zeigen, wie du Open Archiver auf deinem eigenen Server installieren kannst. Ich benutze hierfür eine CMOS-Instanz. Falls du nicht weißt, was das ist und falls du wissen willst, warum ich das so toll finde, dann verlinke ich dir ein Video von mir dazu. Das ist meiner Meinung nach das beste Betriebssystem für einen Home-Server. Aber das Ganze funktioniert auch auf einem anderen Betriebssystem. Ich zeige es dir jetzt anhand von CMOS. Du kannst es natürlich auch mit jedem anderen Betriebssystem nachinstallieren. Ich werde dir die Installation auch auf Portainer zeigen. Wir benötigen dafür Portainer. Und dafür gehst du dann hier in CMOS und gibst dann einfach Portainer ein. Dann siehst du hier die App und gehst auf Installieren. CMOS installiert dir jetzt Portainer. Jetzt ist Portainer installiert. Jetzt brauchen wir noch eine URL von GitHub. Wir brauchen hier zwei Dateien. Einmal die env-example und einmal die docker-compose. Wir öffnen die docker-compose. Kopieren hier einmal da den Inhalt. Dann gehen wir zurück in CMOS. Starten Portainer. Wir müssen jetzt hier noch einmal ganz kurz ein neues Passwort eingeben. Dann gehst du hier auf Get Started, Live Connect. Gehst hier auf Stacks. Sagst, ich möchte einen neuen Stacks erfüllen. Und hier fügen wir jetzt den Inhalt von der docker-compose.jml ein. Dann gehst du hier wieder zurück. Gehst auf die env-example. Kopierst diese wieder. Gehst zurück auf Portainer. Dann sagst du hier Advanced Mode. Und kopierst die Inhalte hier in die env. Dann brauchen wir diesen Dateinamen hier. Stack.env. Und den tragen wir hier. Statt der .env ein. Jetzt haben wir noch das Problem, dass die lokale Festplatte, die auf die Verzeichnisse von den einzelnen Bestandteilen von Open Archiver gematcht ist, noch nicht existiert. Das heißt, wir müssen hier zurück zu CMOS gehen. Auf unser Files. Hier In-App-Data erstellst du ein neues Verzeichnis. Sagst hier Open Archiver. Jetzt brauchen wir den Pfad davon. Wie kommst du da dran? Du klickst hier einmal rein und sagst Pfad kopieren. Jetzt gehst du wieder zurück zu deinem Portainer und sagst hier, das ist dein Open Archiver. Der soll hier jetzt lokal deine Festplatte mounten. Und das ist dann das Verzeichnis in deinem Docker-Container selbst. Das Gleiche machen wir hier für PG Data. Dann gehen wir auch wieder hier rein in den Open Archiver. Wir erstellen hier ein neues Verzeichnis. Der heißt dann PG Data. Kopierst hier wieder den Pfad. Gehst wieder zurück. Und tauscht PG Data durch diesen Pfad aus. Das Gleiche machen wir jetzt hier bei Wall Key. Wall Key Data. Neuer Ordner. Wall Key Data. Kopieren wieder den Pfad. Gehen hier wieder rein. Du musst das Ganze nicht machen. Aber damit du weißt später, wo deine ganzen Daten sich befinden, damit du das auch gut backuppen kannst, solltest du schon eigene Archive oder eigene Verzeichnisse dafür eingehen. Dann brauchen wir noch ein Miley Data. Pfad kopieren. Gehst wieder zurück zum Portainer und tauscht es hier aus. Tiki braucht keinen Pfad. Und ansonsten müssen wir hier erstmal nichts mehr ändern. Jetzt müssen wir noch hier in der Info-Datei etwas ändern. Das ist einmal dein Port, auf dem dann später die Oberfläche erreichbar sein wird. Schau, dass dieser Port noch nicht in Benutzung ist. Dieses Passwort ist nicht ganz so wichtig. Du kannst dir aber selbst ein Passwort setzen. Dann brauchen wir hier ein Master Key, der irgendwie besser sein sollte, als der, der schon steht. Einfach mal hier so. Das rede ich, das Passwort ändere ich jetzt auch mal. Du könntest hier irgendwas anderes eintragen. Ich lasse den jetzt einfach da, weil das ist ja auch nur ein Beispiel, um dir zu zeigen, wie man das installiert. Jetzt brauchst du hier ein Very-Secret-Key. Das ist ein 32-Byte-Key. Und wir gehen jetzt einfach mal bei Google und suchen nach einem Tool. Nehmen wir das erste Tool und sagen, wir brauchen 256 Digits brauchen und nur einen Key. Jetzt können wir das uns hier kopieren. Gehen wieder zurück und fügen das hier ein. Jetzt haben wir ein 32-Byte. Ansonsten können wir hier noch oder müssen wir hier noch einen Encryption-Key eintragen. Und ganz wichtig, hier ganz am Ende müssen wir noch was machen, obwohl es da nicht drin steht. Die Origin. Da gibst du die IP-Adresse von deinem Server ein. Bei mir ist es die 192.168.178.103 und dann den Port. Ich habe den ja auf 3000 gelassen. Wenn du den verändert hast, solltest du hier den Port auch angeben. Das war es auch schon. Jetzt gehen wir hier auf Deploy Stack. Das geht gerade nicht. Ich habe aber auch hier keinen Namen angegeben. Geben wir hier einen Namen. Open Archiver. Der Name muss komplett klein sein, darf keine Leerzeichen enthalten und so weiter. Wenn du ein falsches Zeichen eingibst, meckert der natürlich hier. So, jetzt können wir Deploy Stack machen. Das dauert jetzt eine Weile. Ja, jetzt hatten wir einen Fehler gehabt und jetzt weiß ich auch, wo dran es liegt. Wir müssen hier dieses Cima OSHD gegen Data austauschen. Das ist ein anderer Mount. Das ist ein anderer Mount. Und dann können wir hier eine Weile vernünftig laufen. Jetzt gibst du deine URL ein. Mit dem Port 3000. Jetzt siehst du das. Das dauert noch ein bisschen. Wir können hier in Cima OS mal gucken. Wenn diese CPU Last hier ein bisschen runter geht, dann kannst du die App dann auch aufrufen. Wie machst du das jetzt, dass du das auch vom Desktop starten kannst? Ganz einfach. Du gehst hier auf Plus. Externen Link hinzufügen. Gibst hier deine URL ein. Meine ist es 192.168.78.103.3000. Du kannst hier auch ein eigenes Icon angeben. In meinem Fall ist es diese URL. Und ich kann hier dann auch reinschreiben, dass ich hier Open Arc Cover haben will. Und schon habe ich hier eine Kachel, mit der ich dann Open Arc Cover starten kann. Dann sehen wir schon hier ein Willkommensbildschirm, wo du deinen Namen eingeben kannst. Deine E-Mail-Adresse eingeben kannst. Und dein Passwort eingeben kannst. So, jetzt sind wir schon in Open Arc Cover drin. Als allererstes könntest du hier zum Beispiel die Sprache auf Deutsch umstellen. Und auf Dark. So, das hat jetzt funktioniert. Und genau an dieser Stelle war es wichtig, die Origin einzugeben. Hättest du hier die Origin nicht eingegeben, dann wäre das nicht gegangen. Jetzt gehst du hier auf Erfassung und kannst hier einen neuen Server, von dem du die E-Mails holen willst, hier verbinden. Und wenn du das Ganze gemacht hast, sieht das dann irgendwo mal so aus. Ich habe jetzt schon 3,35 GB an meinen Mails geholt und insgesamt 24.000 Mails gesichert. Jetzt kannst du hier bei den Erfassungen dann sehen, was gerade aktiv läuft und deine archivierten E-Mails hier einsehen. Du kannst es hier nach dem in den Erfassungen generierten Anbieter sortieren und dort deine E-Mails dir anzeigen lassen. Und Details, ob das Ding überhaupt im Business-Use-Case eingesetzt werden kann, die habe ich in meinem Blog dazu besprochen. Dort verlinke ich dir unter dem Video den Link. Da habe ich das so mal ein bisschen eingegrenzt. Jetzt wirst du dich sicher fragen, ist das Ganze sicher? Ja, ich habe das jetzt nicht selbst initiiert, dass ich mir das jetzt ausgesucht habe und installiert habe. Ich habe das tatsächlich von Apfelcast über die YouTube-Videos. Und Apfelcast ist ja ein Unternehmen, was dir dabei hilft, alles auf Open Source für dein Unternehmen umzusetzen. Und ja, falls du das Ganze hier nicht selbst umsetzen willst, dann kann Apfelcast das für dich erledigen. Den Link zum Kanal von Apfelcast und zum speziellen Video packe ich dir auch in die YouTube-Beschreibung. Ich habe das jetzt für mich privat selbst installiert und werde es selbst warten. Ich habe noch kein richtiges Backup-System dafür, also keine richtige Backup-Strategie, aber ich arbeite dran. Und sobald ich eine fertig habe, werde ich dir auch zeigen, wie ich das ganze System dann auch backuppen kann. Es ist relativ simpel. Ich habe da schon fast eine Strategie fertig, aber das dauert noch ein bisschen. Und falls du das nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Das ist für dich kostenlos und du siehst dann sofort, wenn ich das Video dafür fertig habe. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk